Tomb Raider Anniversary 10 Jahre Tomb Raider, 10 Jahre Lara Croft und jetzt haben wir sie hier, hier in der Buildbox. Gefällt dir das neue Tomb Raider Anniversary Spiel? Als ich 10 Jahre alt war, mochte ich das Tomb Raider One Game. Ich liebte es. Ich hatte Waffen, konnte allein Abenteuer erleben und Rätsel lösen. Tomb Raider Legend wiederum hatte eine viel bessere Grafik und das neue Spiel Anniversary Cat zurück zu den Wurzeln. Es bietet eine völlig neue Action-Grafik. Für mich persönlich ist Tomb Raider Anniversary die beste Kombination aus alt und neu. Es ist mein Lieblingsspiel. Für mich persönlich ist es eine wirklich gute Kombination. Es ist wahrscheinlich mein Lieblingsspiel.